Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit in einem kleinen, verträumten Dorf namens Hanford-on-Bagley ein junges Mädchen namens Aura Peony Miles. Gemeinsam mit ihren beiden Schwestern Lily Blossom und Dawn Rose und ihren Müttern Tiana und Camorra lebte sie auf einer Farm tief verborgen im Wald. Umgeben von den unglaublichen Weiten der Natur wuchs Aura stets glücklich und behütet unter dem Schutz ihrer Eltern auf. Doch Aura wurde ihr Leben lang von einem Geheimnis begleitet. Sie war, genau wie ihre Mutter Camorra, eine Hexe und verbarg unentdeckte magische Fähigkeiten. Schon seit ihrer Geburt spürte sie, dass sie anders war als andere Kinder. Um sie vor sich selbst zu schützen, hielten es Tiana und Camorra für das Beste, Aura vor der Außenwelt zu bewahren. So blieb ihr also nichts anderes übrig, als viel Zeit in den Wäldern von Hanford-on-Bagley mit den dort lebenden Tieren zu verbringen. Schnell merkte sie, dass sie eine besondere Verbindung zu den Vögeln, Hasen und Füchsen hatte. So geschah es also, dass sie die einzigen Freunde von Aura Peony waren. Nach all den Jahren der Isolation und des eintönigen Lebens fand Aura ihren Weg in die Online-Welt. Dort lernte sie den geheimnisvollen Fremden namens Marco kennen. Die zwei verliebten sich Hals über Kopf ineinander und lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Na, nun ja, dass ich nicht lache. Wenn es doch nur so schön gewesen wäre. Wie das Schicksal es so wollte, stellte sich Marco als nicht der Traumprinz heraus, den Aura sich in ihrem Kopf ausgemalt hatte. Nach einer gemeinsamen Nacht im Leuchtturm von Tartosa ließ er sie alleine zurück und kehrte ihr den Rücken zu. Und nun sitzt sie hier vor einer furchterregenden, ungewissenen Zukunft. Mit einem Baby in ihrem Bauch. Und eins steht fest. Zurück in ihr Zuhause in Hanford & Beckley kann sie jetzt nicht mehr. Hey und herzlich willkommen zu Part 1 der Aurora Legacy. Ich kann es kaum glauben, dass ich das jetzt wirklich sage und dass der Tag endlich gekommen ist. Lange habt ihr auf diesen Tag warten müssen. Es tut mir leid. Aber ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit und Mühe und Gedanken in das Intro investiert. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich, dass wir jetzt endlich hier mit dieser Legacy starten. Für alle, die neu im Let's Play dabei sind. Ich versuche das ja immer so zu gestalten, dass man jederzeit einsteigen kann. Also hallo, ich bin Nina. Und das ist quasi die dritte... Ist die dritte Staffel? Die vierte Staffel. Oh mein Gott. Die vierte Staffel der Disney Legacy. Also wir sind jetzt hier mit unserer Prinzessin Aurora sozusagen. Also bei uns heißt sie Aura. Und werden in dieser Staffel, in dieser Legacy, ihr Leben nachspielen. Und im Intro habt ihr ja schon so einen kleinen Einblick bekommen, was in ihrem Leben so abging. Sodass ihr jetzt nicht unbedingt die ganze Tiana Legacy gucken müsst, um zu wissen, was so grob ihren Charakter beschreibt. Also ich glaube, man hat durch das Intro einen ganz guten Eindruck bekommen. Ja, ich bin sehr gespannt auf diese Legacy. Und ich glaube, es wird alles ganz anders als das, was wir bisher gemacht haben. Alles wird nicht anders. Ich werde euch gleich berichten, was hier mal wieder Sache ist. Weil Nina mal wieder nichts unter Kontrolle hat. Und wieder genau die gleichen Dinge gemacht, die sie immer tut. Aber dazu kommen wir gleich. Ihr wisst, vor zwei Wochen ist das neue Pack erschienen. Und eigentlich wollte ich mit Aura in Tartosa spielen. So war der eigentliche Plan. Aber durch das neue Pack habe ich mich dazu entschieden, dass ich unbedingt in der neuen Stadt, wie heißt sie? Copperday? Copperday? Keine Ahnung. Spielen möchte. Und eben das komplette Highschool-Erlebnis mit ihr erleben möchte. Denn sie ist noch ein Teenager. Das ist, glaube ich, aus dem Intro nicht hervorgegangen. Also sie ist noch ein Teenager und ist schwanger. Das heißt, es wird aufregend. Ihr merkt schon, ich habe jede Menge Dinge zu erzählen. Aber wir machen das jetzt nicht alles im Intro. Sondern wir fangen jetzt einfach mal an. Und dann erzähle ich euch den Rest, wenn wir dann im Gameplay sind. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das merkt man. Ich habe gerade auch noch Kaffee getrunken und ich war den ganzen Tag am See. Also es sind die besten Voraussetzungen für diesen ersten Part. Aber ich freue mich sehr und ich hoffe, ihr euch auch. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Part. Hier ist sie nun. Unsere wundervolle Aura Peony Miles. Ihr wisst ja, dass ich vor ein paar Wochen meinen Custom-Content-Ordner gelöscht habe. Deswegen ist sie jetzt hier ein ganz klein bisschen anders aussehend als in der Tiana Legacy. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Also sie hat nur ein paar neue Outfits. Ihre Haare sind immer noch die gleichen und ich liebe sie immer noch genauso wie vorher. Sie ist einfach ein ganz, ganz wunderbarer Sim und ich freue mich so sehr, mit ihr zu spielen. Wie gesagt, sind wir doch nicht in Tartosa, sondern wir sind in dieser neuen Stadt, wo ich den Namen gerade nicht weiß. Und eigentlich wollte ich ja das so spielen, dass wir in einem Leuchtturm wohnen. Aber ihr wisst ja, Nina spielt am liebsten Rex to Riches. Nina spielt am liebsten, ohne dass sie irgendwas hat. Und Nina liebt den Struggle. Und deswegen befinden wir uns auf einem komplett leeren Grundstück. Ja, ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist, weil sie ja schwanger ist. Ich weiß jetzt nicht, ob sie, ist sie schon im zweiten Trimester? Nee, zum Glück noch nicht. Also sie ist gerade erst schwanger. Sie ist super schlecht gelaunt. Also wir haben hier wirklich die Katie Owens Experience. Also alles wie immer. Aber wir haben seit Katie Owens existiert hat, haben wir ja noch jede Menge neue Sachen dazu bekommen. Das heißt, unser Leben wird vielleicht ein bisschen einfacher. Ich weiß es aber noch nicht. Wie gesagt, befinden wir uns jetzt hier auf diesem wunderbaren Grundstück in Copperdale. Natürlich. Copperdale heißt die Stadt. Also ich zeige euch das jetzt direkt hier mal im Weltenverwaltenmodus, damit ihr es seht. Also das ist das Grundstück hier, weil ich das richtig, richtig schön finde, weil das so ein bisschen im Wald versteckt ist. Aber trotzdem, dass man eben auch den Zugang zum Pier hat und so weiter. Da können wir dann vielleicht ein paar Sachen auch erleben. Und vielleicht, weiß ich nicht, können wir da sogar irgendwie einen Verkaufstisch hinstellen und so. Weil wir ja mit Aura geplant haben, dass sie sehr viele Dinge selber macht eben. Dass sie sehr viel stricken kann und diese Kreuzstichsachen und so weiter. Das war so der Plan, den wir mit ihr verfolgen wollten. Meistens kommen die Dinge auch doch ganz anders, als ich sie geplant habe. Also ihr könnt euch eigentlich auf nichts, was ich sage, verlassen. Aber daran müssen sich Zuschauer von Frau Simfinity einfach gewöhnen. Ja. Und ich weiß mal wieder gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ihr geht es auch wirklich richtig schlecht. Also ich habe sie nicht mal mehr duschen lassen. Ich habe sie nicht essen lassen. Ich habe sie keinen Spaß haben lassen. Ich meine, sie hatte gestern einen Techtelmächtel. Davon müsste sie eigentlich noch zehren. Anscheinend war es nicht so gut, weil sonst hätte sie ja jetzt noch mehr Spaß. Sie hat auch absoluten Herzschmerz, weil Marco sie hat sitzen lassen. Ich glaube, Marco ist sowieso nackt. Na, nee. Er hat noch Haare. Toll. Dawn braucht auch noch eine neue Frisur. Tiana auch. Das liegt halt jetzt daran, weil mein Custom-Content eben weg ist. Und wie ihr im Intro dann ja auch schon gesehen habt, falls ihr jetzt nicht von der Tiana Legacy kommt, Aura hat wirklich keine Kontakte. Also sie kennt wirklich fast niemanden. Die meisten sind ihre Familie. Also das ist ihre Familie. Also das sind ihre Mütter. Also Tiana und Camara sind ihre Mütter. Dawn ist ihre große Schwester. Und Lily ist auch ihre große Schwester, aber ist halt die mittlere. Und Laura ist sozusagen die Adoptivtochter. Also Tiana und Camara haben Laura noch bei sich aufgenommen als Adoptivtochter. Dusk ist der Sohn von Dorni. Und wer die beiden sind, keine Ahnung. Und Casper ist der Bruder von Camara. Genau. Und dann der Rest sind unsere Katzen. Also es ist einfach toll. Sie hat einfach keinerlei Kontakte und lebt jetzt hier auf einem leeren Grundstück. Eine Geschichte habe ich mir zu diesem Grundstück irgendwie nicht so richtig überlegt. Aber da ihre Schwester Lily ja jetzt hier so gerade steht, ne. Also ich weiß nicht genau, warum Lily hier ist, aber sie stand hier gestern plötzlich und dann dachte ich so, okay, gibst ihr mal schnell einen Umständen, weil sie war auch komplett nackt. Also das ist ihre Schwester. Vielleicht können wir das ja dann so sagen, dass Lily Aura dabei geholfen hat, so ein bisschen wegzulaufen. Weil Lily war ja schon immer so die Rebellischuf aus der Familie. Vielleicht hat sie ihr so ein bisschen geholfen, eben wegzulaufen. Und ist so ihre Bezugsperson. Weil eigentlich, Fun Fact, haben die zwei sich immer nicht ganz so gut verstanden. Also es sieht zwar hier so aus, als wenn sie sich gut verstanden haben und sie waren auch immer gute Schwestern. Aber Lily hat Aura immer gepiesagt, sie wollte ihr immer die Nase schnipsen und immer böse Sachen mit Aura machen. Und irgendwie wäre das ja dann jetzt voll süß, wenn sie die sozusagen so ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen würde. Ich weiß noch nicht, ob ich so ein bisschen auch über die Magieschiene gehen möchte. Das steht noch in den Sternen. Weil Aura ist ja eine Hexe, aber sie benutzt ihre Fähigkeiten nicht. Und Lily ist auch eine Hexe, aber sie hat sich zur Hexe machen lassen. Weil sie hätte nämlich gerne die Fähigkeiten von Aura gehabt, hat sie aber nicht. Und hat sich dann von einem Hexen-Zauber-Dumbledore-mäßig zu einem Zauberer machen lassen. Genau. Und dann könnten wir ja sagen, dass sie ihr vielleicht so ein bisschen geholfen hat, eben dann auch dieses Grundstück hier zu bekommen. Und keine Ahnung. Genau. So war das. Auf jeden Fall haben wir hier unten auch einen Angelspot, was ja vielleicht auch ganz gut ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, Aura ist keine Vegetarierin, aber irgendwie, oh, guckt euch diese Fähigkeiten an. Dieses Girl ist einfach talentiert. Aber ich sehe sie als sehr dazu geneigt, kein Fleisch zu essen. Deswegen weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob sie angeln würde. Aber das werden wir sehen. Sie ist übrigens faul. Das ist ein Merkmal der Aura Legacy. Ich muss auch noch die Regeln vorlesen von dieser Legacy. Das kommt gleich. Dann ist sie eine Einzelgängerin. Sie ist kreativ begabt, weil sie eben das Bestreben abgeschlossen hat. Kreatives Wunderkind. Dann hat sie die alte Blutlinie. Das hat sie eben noch von ihrer Mom geerbt, weil sie eine Hexe ist. Dann war sie ein glückliches Kleinkind. Sie ist verführerisch. Das kommt von ihrem Liebesbestreben. Sie ist rebellisch. Aber das scheint ja genau, das ist ja nur was Akutes. Rebellisch und laut. Also einfach nur toll. Und gerade hat sie gesellig und glücklicher Single als Lebensstil. Ist auch einfach super. Und sonst ist bei ihr gerade so nix. Also sonst alles im Lot auf dem Boot. Das Bestreben ist das Seelenverwandte bestreben. Da hatte sie halt schon dieses Hab einen Freund oder eine Freundin. Ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Oder haben die sich nicht getrennt? Doch. Sie haben sich getrennt. Überaus schwierig. Überaus schwierig. Dieser Mann hat keine Hose an. So. Ich glaube am Anfang. Oh, sie hatte noch Geld. Also das geht ja nicht. Entschuldigung. Am Anfang müssen wir sie fischen lassen, damit sie das dann wenigstens irgendwie braten kann. Dann können wir uns wenigstens so ein Feuer holen. Weil ich habe ja jetzt keine Mods mehr. Und dann sollte ein Lagerfeuer ja auch funktionieren. Nicht so wie bei Fräulein von und zu Owens. Aber guck mal. Hier können wir schon einen Frosch suchen. Nein, sie fühlt sich so unwohl. Okay. Gut. Ja. Äh. Wow. Lina ist einfach perfekt vorbereitet. Okay. Dann gehen wir als allererstes in ein Fitnessstudio. Gibt es hier ein Fitnessstudio? Es gibt kein Fitnessstudio. Ich glaube, dann werde ich noch eins platzieren. Weil die Footballer müssen ja auch irgendwo trainieren. Obwohl. Wir könnten ja eine Highschool platzieren, wo es dann ein Fitnessstudio gibt. Weil das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ich habe noch keine individuelle Highschool platziert. Gab es eine Dusche in der Highschool? Dann gehen wir einfach gucken, ob wir in der Highschool duschen können. I will search for the rules. Ich spiele nämlich ein bisschen andere Regeln als die meisten, weil ich eine englische Version spiele von der Disney Legacy. Also kann sein, dass ihr da etwas irritiert von seid. Uiuiui, was ist denn hier los? Hallo? Aurora, I walked with you once upon a dream. Thanks to your mother's hard work, you had everything you always wanted in life, apart from love. Your father was overprotective of you and rarely let you out of the house. This story begins when Aurora becomes a YA. Ja, wir starten halt, wenn sie ein Teen ist. Also, weil ihre Mama halt immer so hart gearbeitet hat oder ihre Mamas, hatte sie halt immer alles, was sie brauchte. Ihr fehlte es eigentlich an nichts, nur halt an sozialem Kontakt, an Liebe. Also natürlich, ihre Eltern, also ihre Mütter waren immer lieb zu ihr und haben sie immer gut behandelt. Aber es war trotzdem so, dass die Connection immer ein bisschen schwierig war. Und Aurora ja immer sehr viel alleine war und sehr viel Zeit eben im Wald verbracht hat und mit den Tieren und so weiter. Und ja, sie waren eben sehr, sie haben sie sehr behütet, weil Camorra eben auch Angst hatte, dass Aurora Kontakt zu Camorras dunkler Magierfamilie aufnimmt, beziehungsweise andersrum. Deswegen haben sie sie immer sehr behütet und haben halt das unter Verschluss gehalten, dass Aurora überhaupt diese Fähigkeiten hat. Und deswegen durfte sie eben auch nicht raus. Die erste Regel von dieser Legacy ist eben, dass sie das Faulmerkmal haben muss. Das hat sie ja. Sie darf nur drei oder noch weniger Freunde haben. Sie muss ihren zukünftigen Partner in der Nacht treffen, während ihre Eltern schlafen. Das haben wir theoretisch schon gemacht. Also das ist theoretisch ja schon passiert, als wir das mit Marco gespielt haben. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das halt nochmal so spielen werden, weil sie wohnt ja nicht mehr zu Hause. Aber wir können das natürlich trotzdem so machen, dass es irgendwie, dass wir, naja, weiß ich noch nicht. Und wenn sie dann heiratet, muss sie halt den Partner so Hals über Kopf heiraten. Also elope, ich weiß gerade nicht genau, wie man das auf Deutsch übersetzt. Also, dass man halt wegläuft und heiratet. So ohne halt eine große Party oder sowas. Dass man einfach sich das Ja-Wort gibt. Da können wir das halt aber auch eher so spielen, dass sie halt einfach nur keine große Hochzeit hat, sondern das so heimlich macht oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Und sie darf höchstens zwei Kinder haben. Genau. Und da das eine Kind schon auf dem Weg ist, vielleicht werden es ja auch Mehrlinge. Wir wissen es nicht. Bin ich gespannt, was die Zukunft bringt. Aber es ist tatsächlich mittlerweile auch so, dass ich lieber mit kleineren Familien spiele, weil auch durch das Golddinger-Let's Play haben wir natürlich jetzt sehr große Familien gehabt. Und dann kann man sich halt besser auf die einzelnen Charaktere konzentrieren, wenn es weniger Familienmitglieder sind. Aber wir werden sehen. Vielleicht wird Aura auch unsere alleinerziehende Mutter sein. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, welche Legacy wir danach spielen. Offiziell kommt danach Anna, also von Frozen. Aber das weiß ich noch nicht, ob ich das spielen möchte. Also ich mische mir das einfach so, wie es mir gefällt. Mal gucken. Genau. Aber das sind so die groben Regeln von dieser Legacy. Also viel Rahmenbedingungen haben wir eigentlich nicht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch so eine Sache habt, die für Aura richtig cool wäre. Was sie am Ende dieser Legacy erreicht haben könnte. Also bei ihr fände ich es zum Beispiel cool, wenn wir halt über die Fähigkeiten ein bisschen gehen würden, dass wir halt viele Fähigkeiten maximiert haben. Also dass wir zum Beispiel die Kreuzstich, Sticken, Malerei und Gesangsfähigkeit perfektioniert haben oder sowas. Also ihr seid immer Teil des Let's Plays. Also alle eure Ideen könnt ihr wie immer in die Kommentare hauen. Egal was es ist. Ich liebe es, euren Input zu lesen. Also haut immer alles sehr, sehr gerne raus. Und wenn euch eine Idee von jemand anderem gefällt, dann gebt dem immer gerne einen Daumen hoch, weil dann sehe ich halt, dass es gut ankommt, dass es viele so sehen. Und ja, so. Jetzt können wir auch mal ein bisschen spielen, weil ich habe nämlich jetzt schon 18 Minuten geredet und wir haben noch gar nichts gemacht in diesem Let's Play. Aber der erste Part ist ja mal ein bisschen talkative. Deswegen ist das schon okay. So wie es aussieht, gibt es in dieser Schule keine Dusche. Das ist natürlich jetzt hochgradig belastend. Oder war hier unten eine Dusche? Oh, hier sind Duschen. Oh, thank the Lord. Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch eine... Guck mal, dann singen wir einfach in der Dusche. Dann kriegen wir auch noch ein bisschen Fähigkeit davon. Ich werde auf jeden Fall noch eine neue Highschool platzieren, weil die gefällt mir halt nicht so gut. Die ist halt einfach nicht so schön. Genau. Und dann schauen wir mal weiter. Ich würde Aura auch voll gerne, also ich würde halt gerne die komplette Highschool Experience machen. Ich würde sie auch gerne in eine außerschulische Aktivität stecken. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich sie sehen würde, weil Cheerleading definitiv nein. Schach weiß ich jetzt auch nicht. Das war eher so Dawns Ding immer. Sie hat ja auch immer mit Ella Schach gespielt. Was gibt's noch? Computerclub weiß ich jetzt auch nicht. Also sie hat zwar viel Zeit auch am Computer verbracht, eben dadurch, dass sie dann auch Marco über den PC kennengelernt hat. Weiß ich aber jetzt auch nicht. Also sie ist jetzt ja nicht so ein großer Nerd oder sowas. Nee, wir haben ja keine Schule jetzt. Das ist ja, ich bin ja einfach nur hier. Achso. Oh. Oh, nee, heute ist Liebestag. Heute ist keine Schule. Hä? Ich bin verwirrt. Naja, auf jeden Fall, äh, warte, was gibt's noch? Computer? Cheerleading? Ach, Football. Ja, sehe ich sie auch nicht. Deswegen, ja, könnte mir gerne mal schreiben, was wir da machen könnten. Aber vielleicht lassen wir das auch einfach mit den außerschulischen Aktivitäten. Ich weiß nicht, ich sehe sie da nicht so. Oder sie versucht halt, darüber an Freunde zu kommen, dass sie Cheerleader wird und freundet sich dann mit dem bösen Regina Georges an. Und die verarschen sie aber auch alle nur. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, sie darf auch eigentlich ja auch nur drei Freunde haben. Wir zählen jetzt die Familie auch einfach mal nicht dazu. Und Marco ist ja sozusagen auch nicht mehr ihr Freund, weil die haben sich ja also, die haben ja hier voll die rote Leiste. Das heißt, wir haben noch drei Slots offen. Ja. Und da bin ich dann mal gespannt, wo unser Weg uns hinführen wird. Okay, jetzt haben wir halt noch Hunger und wir brauchen Spaß. Wir können uns natürlich nichts kaufen. Ja, Girl, von welchem Geld? Ja, du kannst dir das überhaupt nicht leisten. Was machst du denn jetzt? Ach, hast du jetzt auch realisiert, ne? Aber wir können uns ja mal ganz kurz hier umsehen, ob es hier irgendwas gibt, was wir vielleicht verkaufen könnten. Weil das wäre natürlich fantabulös. Wie gesagt, ich kenne noch eigentlich ziemlich nichts von dem Highschool-Pack. Also, nur das, was ich in meinen Preview-Videos gemacht habe, das ist das einzige, was ich kenne. Ich habe auch noch sonst nicht wirklich irgendwie Streams oder sowas angeguckt. Also, wir lassen das alles auf uns zukommen und gucken mal, was die Zukunft bringen wird. Okay, ja gut. Es gibt hier einfach nichts, was wir verkaufen könnten, aber das ist okay. Dann düsen wir jetzt wieder zurück nach Hause und dann können wir ja vielleicht zumindest versuchen, diesen Frosch da aus der Höhle rauszuholen. Also, ihr wisst ja, bei einer Rags-to-Riches-Challenge ist es meistens so, also, für die, die nicht wissen, was das bedeutet, ist, dass man halt mit Null startet. Dass man sich halt einfach alles komplett selber aufbaut und dass man jetzt nicht einfach arbeiten geht und damit Geld verdient, sondern dass man eben anfängt, indem man hier Sachen sammelt und so weiter. Und sie ist ja jetzt auch noch ziemlich lange ein Teenager. Also, sie ist ja noch nicht so lang. Ähm, warum ist sie nur noch sieben Tage ein Teenager? Okay, das, äh, das will ich nicht. Also, ich glaube, ich würde sie jetzt nochmal auf Null setzen, damit wir einfach genug Zeit haben mit ihr als Teenager, weil sonst wird sie ja schon bald, guck mal, 22 von 30. Vielleicht setzen wir sie auf 10. Geht das gerade nicht, weil sie schwanger ist? Ich glaube, ich kann das gerade nicht verstellen, weil sie schwanger ist. Okay, äh, dann warten wir, bis sie das Kind bekommen hat. Also, erinnert mich auf jeden Fall dran, dass ich das dann noch mache. Dass wir die Alterung halt ein bisschen zurücksetzen, dass wir dann noch ein bisschen mehr Zeit mit ihr dann als Teenager haben. Ich glaube, das wäre eine gute Sache. So, jetzt ist sie aber auf jeden Fall gut genug gelaunt, um diesen Frosch hier oben aus der, aus der Höhle zu holen. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich abgelenkt war mit, äh, anderen Dingen. Bei Rags to Riches geht es eben darum, dass man die ganzen Sachen halt sammelt und so weiter. Und das ist halt auch der Key, sag ich mal, der Kern des, der ersten Parts. Also, in den ersten Parts wird es jetzt erstmal darum, um den vollen Struggle gehen. Also, ich weiß, dass es nicht so das Lieblingsgameplay von manchen ist, aber ich liebe das. Ich liebe das einfach, wenn man sich so selber was aufbaut. Ich werde wahrscheinlich auch viel überspringen und so weiter. Aber ich mag das einfach. Und ich mag es auch einfach währenddessen ein bisschen zu quatschen und mich mit euch zu unterhalten, auch wenn ihr einfach nicht antwortet. Frecherweise. Ach so, genau. Ich zeige euch noch das Inventar, was wir ja alles mitgenommen haben. Also, ich habe sie die Geige mitnehmen lassen, weil ich dachte, ja, keine Ahnung, was ich dachte. Ich dachte, dann hat sie halt eine Geige. Wow, Nina. Nein, aber ich habe so gedacht, dann hat sie wenigstens irgendwas, was sie so an zu Hause erinnert. Dann hat sie ihr Tagebuch mitgenommen, was auch essentiell wichtig für Aura ist. Also, sie ist eine aktive Tagebuchschreiberin. Ihre Hausaufgaben ganz wichtig. Dann hat sie hier dieses Ding da von dem, also dieser Glimmerstein, womit sie dann direkt ins Reich der Magie reisen kann. Oh, wir können ihn zerstören. Eigentlich wäre es ja sinnvoll, dass sie sie nicht hat, ne? Weil Aura, äh, Camora würde ihn ihr ja vorenthalten haben. Ja. Okay, den zerstören wir mal ganz kurz. Und dann haben wir ja noch so zwei Sachen, die sie mal gestrickt hat. Die konnte ich halt jetzt auch nicht mehr irgendwie entfernen. Und wir haben noch zweimal Freundschaftssäckerchen für schlechte Zeiten. Also, wenn wir mal richtig doll Hunger haben, dann essen wir einfach Freundschaftssäckerchen und freunden uns mit uns selber an. Hier kommt ein Apfelbaum. Das ist ja auch eigentlich schon nicht schlecht, ne? Guck mal. Beste Voraussetzung hier. Dann verkaufen wir jetzt schon mal den Frosch. Und, äh, ja. Ich bin mal gespannt, was wir alles so für Fähigkeiten uns erarbeiten werden. Ich bin ja auch am überlegen, ob ich in der, also nach der Golddigger-Challenge, dass ich da so eine Art nachhaltig Leben-Challenge irgendwie mache. Und da werden wir natürlich auch viele Fähigkeiten nehmen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ich würde mit ihr eigentlich auch gerne das mit den Kerzen machen, aber vielleicht auch das mit dem Saft. Aber ich, I don't know. Also, lasst es mich wissen, was ihr findet, was gut passt. Okay. Wir haben den Stein zerstört und wir haben zehn Simoleons. Also, unser Leben sieht gerade ein bisschen traurig aus, muss ich sagen. Aber wir gehen jetzt einfach angeln. Angeln macht das Leben besser. Nicht im Real Life, aber in Sims. So, dann gucken wir mal hier oben. Wer wohnt denn hier? Da wohnt jemand auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Und die Umgebung, in der wir wohnen, ist halt auch einfach wunderschön. Also, ich habe mich wirklich in diese Stadt verliebt. Ich finde es so, so wunderschön hier, all diese wunderschönen Orte. Nööööö! Man kann hier vor... Oh mein Gott! Was? Man kann hier hin und man kann hier sitzen? Das ist ja wohl mal sowas von der perfekte Date-Spot. Wir werden die Männer hier um den Finger wickeln. Oder Frauen. Also, wir wissen auch nicht so richtig, was Aura Sexualität ist. Also, was heißt, wir wissen das nicht so richtig? Also, Also sie hat halt bisher nur Erfahrung mit Männern, mit einem Mann, um genau zu sein. Und der war sehr enttäuschend. Vielleicht werden wir Männern abschwören. Nein, Spaß, weiß ich nicht. Mal gucken. Aber ich gucke jetzt einfach mal, was es hier alles so gibt, was wir hier jetzt mal so ganz kurz wegsnacken können, damit wir hoffentlich einer rosigen Zukunft ins Auge blicken können. Und wie gesagt, hier haben wir direkt den Pia. Das heißt, wir können ja auch immer ein bisschen Spaß in der Backen haben. Also es kostet natürlich alles Geld, obwohl, nee, auf dem Riesenrad können wir so fahren. Das ist schon mal gut. Und dann ist ja hier auch der Secondhand-Laden. Ich weiß nicht, wie das mit dem Secondhand-Laden ist, ob wir da auch irgendwie Sachen verkaufen können, wenn wir sie gestrickt haben oder so. Das wäre natürlich auch cool. Das werden wir dann auch noch alles herausfinden, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche coolen Ideen habt, die halt gut zu Aura passen würden, immer in the comments damit. I would be a very happy Beanie if you just let me know what you like. Oh mein Gott, das ist alles so schön. Dieser Park ist auch so cool. Aber wir können natürlich auch noch super coole Grundstücke hier platzieren. Also wenn ihr coole Grundstücke habt, die wir unbedingt in dieser Stadt brauchen, auch immer her damit. Ich will sie alle! Oh mein Gott, es ist aber auch so schön. Was ist denn das? Guckt mal! Ein geheimer Treffpunkt. Oh mein Gott. Wow! Hä? Das ist ja sowas von toll. Vor allem, wir können da ja einfach drauf schlafen. Weil wir haben ja jetzt noch kein Bett. Das heißt, wir können da einfach ein Nickerchen drauf. Oh, es ist so toll. Also soll noch mal einer sagen, dass das hier nicht die perfekte Stadt für uns ist? Hat nie irgendjemand gesagt. Aber egal. Oh ja, ein Fahrrad wäre toll, ne? Ein Fahrrad wäre, glaube ich, toll für Aura. Da sehe ich sie. Okay, Aura, ich weiß nicht, ob Angeln so dein Ding ist. Hör mal auf zu angeln. Was möchte sie? Speisen essen. Ja, same. Nee, du... Nee, komm, das ist jetzt nicht... Du... Also, du musst jetzt nicht direkt denken, oh, meine neue Passion, nur weil du einmal geangelt hast. Also, reiß dich ein bisschen zusammen. Mann, was blinken hier jetzt die ganze... Oh, die ganze Zeit. Okay, also, heute ist Liebestag, den wir natürlich nicht zelebrieren werden. Es ist das Gewürzfestival und der Sporttag des Cheerleading-Teams. Das ist natürlich auch cool. Cheerleading-Gruppenwettkampf. Aber das gucken wir uns noch nicht diese Woche an. Ach so, und eigentlich hat sie heute Prüfung gehabt. Kritisch. Was ist morgen? Schneefest. Gartenmarkt. Und wann wäre jetzt immer der Abschlussball der Sonntags? Verstehe das noch nicht so ganz. Oder muss ich den selber planen? Nö. Was? Ich... Also, ich spiele ja schon wirklich viele Jahre Sims, ne? Hab noch nie eine Inkognitur-Kostümparty gemacht. Noch nie eine Bergtour gemacht. Noch nie eine Schwarz-Weiß-Party gemacht. Kleinkindspieltreffen noch nie gemacht. Das hier habe ich, glaube ich, schon mal... Cover-Party könnte ich eventuell... Ja, doch, habe ich, glaube ich, in der Dragstreetchers-Challenge gemacht. Aber es gibt da echt so ein paar Partys, die habe ich noch nie gemacht. I mean, wie süß einfach. Aber auch Kleinkindspieltreffen. Das ist ja eigentlich so süß. Also, das sind vielleicht Dinge, die wir auch mal hier jetzt, ne? Alle mal machen müssen. Let's clopsy Steinies. Oh mein Gott, das fängt da zu regeln. Aber A no stopping this girl. Because... Guckt euch das einfach umdurch mal auf Pause. Aber sie ist mega happy, weil sie endlich alleine ist. Also, sie ist ja immer sehr gestresst von Fremden. Und deswegen findet sie das gut, dass sie jetzt einfach hier alleine im Wald lebt. Also noch. Ich glaube, wenn sie realisiert, dass sie nicht mal ein Klo hat, dann wird es schwierig. Vor allem, hier ist ja nicht mal eine öffentliche Toilette, oder? Ah, doch, vielleicht hier drüben. Also, hier ist auf jeden Fall ein Foto, Otto, Mann. Das ist ja auch einfach toll. Oh! Ach, nö. Oh, Nala. Das ist ein Kätzchen. Oh. Also, die hat nicht mehr bei uns gewohnt. Die haben wir an... Hat sie bei... Ich glaube, bei Suki gewohnt. Also, auch egal. Auf jeden Fall. Das ist schon ein bisschen traurig. Und das ist natürlich jetzt nicht so gut für uns. Weil dieses Girl jetzt zu traurig für alles ist. Zwei Tage lang. Obwohl sie diese Katze nicht mehr kannte. Naja, egal. Äh, aber ich wollte kurz gucken, ob sie ein Klo gibt. Wenn nicht, dann ist das äh äußerst belastend. Als ob. Hä? Wenn man am Pier ist, dann muss man doch auch mal auf Toilette. Ah, doch, hier ist ein Klo. Okay, never mind. Okay, okay, okay. So, wir haben einen Kalkstein gefunden. Das heißt, es ist ein Fossil. Das bedeutet, vielleicht haben wir Glück. Und es ist wertvoll. Hm, eine Raptor-Kralle. 70 Simoleons. Das ist nicht schlecht, meine Damen und Herren. Das ist nicht schlecht. Für wie viel Geld kriegen wir denn etwas, womit wir essen können? Obwohl wir jetzt... Also, das ist natürlich jetzt schwierig. Kann man einen Grill... Äh, also einen, ähm... Ich hab keine Musik. Schon besser. Ich wollte sagen, kann man ein Feuer anzünden, wenn es regnet? Weil elektrische Geräte kann man ja draußen nicht benutzen, wenn es regnet, ne? Also, so eine Grill-Trommel würde 600 Simoleons kosten. Das ist so... Also, weit außerhalb dessen, was wir uns leisten können. Wir können uns actually gerade einfach nur Gartensachen leisten. Und so, im Garten ist sie jetzt nicht sonderlich begabt. Ich dachte, ich könnte da gerade ein Wortspiel draus machen, aber das war ja so dumm begartet. Äh, ne. Lass es einfach, Nina. Wir könnten uns Seifenblasen kaufen. Ich meine, dann würde sie vielleicht ein bisschen glücklicher sein. Okay, also, wir hätten dieses Lagerfeuer. Kann man damit kochen? Ich weiß es nicht. Gartenfeuer... Ne, da steht plus Kochfähigkeit. Dann kann man hier mit wahrscheinlich nicht kochen, oder? Der Pippi-Busch kostet 190 Simoleons. Der ist aber auch immer eher nur so semi-geil, ne? Dieses Blumenbinden, da sehe ich sie halt auch, ne? Also, vielleicht ist sie jetzt nicht so mit Früchten begabt, aber vielleicht Blumen. Weil ich meine, es ist Aura-Peony und es ist Dornröschen. Wie wäre es denn, wenn sie so einen Rosengarten hätte und das wäre unser Big Business? Oh mein Gott. Aber dafür müssen wir erstmal an eine Rose kommen. Und dafür müssen wir warten, bis uns jemand eine Rose schenkt. Oh mein Gott. Das ist die Story. Ich hab die Story, Leute. Okay, tut mir leid, dass ich heute so aufgedreht bin, aber ich bin einfach aufgeregt. Okay, also, ich weiß nicht so richtig, welches ich jetzt kaufen muss, weil ich glaube, dass das hier nicht geeignet ist, um zu kochen. Weil da steht nicht Kochfähigkeit. Über den anderen steht Kochfähigkeit bei. Das heißt, wir brauchen dann halt das hier. Das kostet 350 Simoleons. Hammer nicht. Und ein Zelt kostet 420 Simoleons. Hammer auch nicht. Es ist prädestiniert, großartig zu werden, Leute. Also, natürlich könnten wir uns jetzt ja auch einfach hier so Blumen für Einsteiger kaufen und dann hoffen, dass du eine Rose weißt. Aber es ist ja viel toller, wenn wir einfach darauf hoffen, dass uns jemand eine Rose schenkt. Sie möchte ein Nickerchen machen. Girl, es tut mir leid, dir das zu sagen, aber du hast kein Bett. Wo bist du? Immer noch da. Ja, guck mal. Dann leg dich jetzt mal hier vorne hin und mach ein faules Nickerchen. Oh, Dorni ruft an. Ich glaube, so langsam machen sich wahrscheinlich alle Sorgen. So langsam merken halt alle, dass sie nicht mehr da ist. Aber sie wird jetzt halt erstmal den Kontakt zu ihrer Familie komplett blocken. Außer eben zu Lilly. Da werden wir dann mal schauen. Habe ich jetzt eben vergessen, da noch mit Lilly dann zu reden. Aber das machen wir dann noch. Der Mann vom Dübel spricht, ne? Ich gehe zum Gewürzfestival, um Faux zu probieren. Kommst du mit? Ich meine, wenn du mich einlädst. Jetzt ist halt der Struggle. Weil eigentlich, nee, wir können ja nicht. Wir sind gerade von zu Hause weggelaufen. Können wir ja nicht eben mal mit unserer Schwester in die nächste Stadt jetten und dann mal eben Faux mit ihr essen. Nee, sorry, Lilly. Das ist gerade nicht das, wonach es uns durstet. Warum muss denn jetzt so ein schlechtes Wetter sein? Oh mein Gott, okay. Leute, wir sind in dem Stadium angekommen, in dem wir unser Leben hassen. Ich habe eben noch gesagt, wie glücklich diese Frau ist. Ich nehme alles zurück. Bitte mach sie einfach nicht in die Hose. Du schaffst das. Los. Du wirst es schaffen. Sie schafft es nicht. Blasenpasse. I hate my life. Now she's stinky again. Wir könnten halt auch, könnten auch in der Schule übernachten. Das wäre halt auch ein bisschen lustig, ne? Das ist halt auch so eine, so voll die Story, dass sie halt in der Schule übernachtet. Das ist ja auch immer in so Highschool-Filmen so. Ja, keine Ahnung, müssen wir uns jetzt wirklich hier was kaufen? Was kostet denn hier was? Okay, acht Dollar. Acht Simoleons. Ist halt dumm. Aber sie weiß ja noch nicht so richtig, mit Geld umzugehen, ne? Sie kennt das ja nicht. Deswegen holen wir uns jetzt einen Korndog. Und dann werden wir vielleicht die ersten Nächte in der Schule übernachten. Zumindest so lange. Oh mein Gott, wir müssen uns halt wirklich auch beeilen, ne? Zweites Trimester in elf Stunden. Wir müssen halt ein Haus haben, bevor dieses Baby auf die Welt kommt. Was habe ich mir dabei gedacht? Also, ist hier noch was drin? Guck mal, Aura, hier ist noch was drin. Trink das. Los, bevor das hier jemand wegnimmt. Oh, guckt euch das an. Wir trinken von jemand Fremden den Bubble Tea. Oh mein Gott. Und wir stinken bis zum Himmel. Yay. Aber komm, also Aura, davon brauchen wir ein Erinnerungsfoto. Von diesem... Ja, was hast du denn jetzt? Ja, du hast doch einen Korndog. Außerdem hast du einen Bubble Tea. Ach, guck mal. Macht er dich nicht glücklich? Ein bisschen vielleicht? Nee, gar nicht. Okay. Na gut. Sie möchte eine Pizza bestellen. Guck mal. Käsige Köstlichkeit, die direkt an die Haustür geliefert. Aura, welche Haustür? Also, so richtig verinnerlicht hat sie das hier, glaube ich, noch nicht. Oh mein Gott. Können wir hier für Geld auftreten? Nee, ne? Schade. Aber theoretisch könnte sie doch einfach hier so für Dings auftreten oder nicht. Also, normalerweise, wenn sie halt nicht so schlecht gelaunt ist. Okay. Leute, ich glaube, das ist ein guter Moment, um diesen allerersten Part zu beenden. Weil ich nehme jetzt nämlich einfach direkt noch einen Part auf. Deswegen beende ich den Part jetzt an dieser Stelle. Mache jetzt noch einen tollen Screenshot von dieser wunderbaren Aura Peony. Wir beenden den Part so, wie ich es schon mir gedacht habe. Also, es überrascht mich nicht, dass diese Frau einfach in ihrem eigenen Dreck sitzt. Mega unglücklich. Ist natürlich auch wieder klar, dass ausgerechnet, wenn wir jetzt sowieso in so einer Struggle-Situation sind, dass dann irgendeine random Katze... Okay, das ist ein bisschen... Also, das ist schon gemein von mir. Aber dass halt eine Katze sich überlegt, nee, jetzt heute keinen Bock mehr auf Leben und stirbt einfach. Und jetzt ist es ja auch noch traurig. Also, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber ich glaube an uns, Leute. Wir kriegen das alles hin. Das wird alles toll. Wie gesagt, schreibt mir all eure Ideen, die ihr habt, in die Kommentare. Ich freue mich so, 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 so sehr auf die kommende Zeit. Ich liebe neue Let's Plays. Weil ich finde, der Anfang ist immer so das Spannendste, weil man da so viele unbegrenzte Möglichkeiten irgendwie hat. Und wir können alles in diesem Let's Play machen. Natürlich, soweit es dann halt auch zu Aura passt. Oder vielleicht auch Dinge, die vielleicht nicht zu ihr passen, wie ich eben gesagt hatte, so mit diesem Cheerleading. Dass sie dann so denkt, okay, so kommt sie an Freunde. Aber eigentlich sind die alle so voll gemein zu ihr. Das wäre auch schon ein bisschen toll. Also, mit dem neuen Highschool-Pack gibt es ja ganz viele neue Möglichkeiten, von denen ich noch keine Ahnung habe. Aber ich glaube auch, dass mit diesem Sozialhase und sowas, das wird alles sehr, sehr toll. Deswegen will ich halt auch noch mehr Zeit mit ihr als Teenager haben. Deswegen werden wir sie dann da auch resetten. Wie das Ganze mit dem Baby wird, weiß ich noch nicht. Also, ich bin sehr gespannt, wie sie das wuppen wird. Aber ich glaube an sie. Ich glaube an sie, es wird toll. Und ich glaube, das war's. Ich habe jetzt genug geredet. Ich habe wirklich, glaube ich, ununterbrochen geredet. Also, ich bin mal gespannt, wie lang dieser Part geht. Weil das Rohmaterial ist gar nicht so lang. Aber ich habe das Gefühl, ich habe nicht eine Pause gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe nonstop geredet. Wahrscheinlich habe ich das auch. Aber es war einfach toll. Es hat einfach Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr freut euch. Vielen Dank auch nochmal für euer Verständnis, dass ihr so lange auf dieses Video gewartet habt. Und auch jetzt wegen meiner kleinen Videopause. Ich brauche da einfach mal jetzt eine Woche, um mich zu 100% auf dieses Let's Play hier konzentrieren zu können und nicht noch die ganzen anderen Sachen im Kopf zu haben. Und deswegen bin ich sehr froh, dass heute der Tag ist, an dem ich das aufnehmen konnte. Und es hat mir sehr viel Freude bereitet. Wie gesagt, wenn ihr Ideen, Vorschläge habt, e-mail in die Kommentare damit. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wir sind jetzt dann in meinem nächsten Video. Wieder bis dann. Tschüssi! Tschüssi! Mwah!